Wie steht es um Jürgen Drews, 77? Gesundheit Der Schlagersänger leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit und ist dadurch in der Bewegung seiner Beine eingeschränkt. Dennoch war er zuletzt mit Florian Silbereisen, 40, auf großer Tournee, bei der er 25 Konzerte spielte. Danach sollte es mit einer Reihe von Solo-Auftritten weitergehen. Doch daraus wird wohl erstmal nichts. Jürgen hat aus gesundheitlichen Gründen alle demnächst anstehenden Konzerte ersatzlos gekennst. Gegenüber Bild erklärte der 77-Jährige, die XXL-Tour mit Florian Silbereisen hat mir sehr großen Spaß gemacht. Leider musste ich aber während dieser Zeit feststellen, dass mich die Begleitherscheinungen des Älterwerdens immer schneller einholen und der schleichende Prozess meiner Paulineuropartie leider nicht völlig aufzuhalten ist. Er sei nicht mehr so belastbar wie früher und wie man es von ihm gewohnt sei. Außerdem sei er nicht so gut zu Fuß unterwegs. Um sein gesundheitliches Wohlbefinden zu erhalten, habe er die für Juni geplanten Termine abgesagt. Diese Entscheidung ist Jürgen offenbar alles andere als leicht gefallen. Es tut mir leid, wenn ich den einen oder anderen enttäuschen muss. Aber auch für mich sind diese körperlichen Grenzen, die ich erfahren musste, völlig neu und ich muss lernen, damit umzugehen, führte er weiter aus. Doch schon im Juli möchte er wieder wie geplant auf der Bühne stehen. Und wenn ich den einen, 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 den einen